Und die anderen werden genauso lange dauern? Sie werden von mir einen Replikatorus bekommen. Dieser benötigt Silikon, um sich zu kronen oder zu transformieren. Suchen Sie zunächst einmal nach Silikonvorkommen. Verstanden. Passen Sie auf Ihren Replikatorus auf. Sie haben nur diesen einen. Ohne ihn können Sie keine Flotte bauen und die ID-Kräfte nicht schlagen. Melden Sie sich, sobald Sie Silikon gefunden haben. Ich habe Silikonvorkommen. Ich habe Silikonvorkommen. Klagen auf Kinsie. Dann müssen Sie mit den Wohneinheiten kronen und transformieren. Damit Sie später die Förderung einer Ausmaugung haben, sollten Sie als allererstes an den Replikatorus kronen. Wird erledigt. Es könnte eine neue Ruhe haben. Ja, beide Einheiten können, ähm, Luft als auch die Einheiten wieder reparieren. Und hier muss man wirklich sehen. Hier einer. Und das nächste, was wir finden, ist, genau, ist... Und nachdem ist es, finde ich, die Einführung komplett vorbei. Weil das, ähm, ja, das ist jetzt dazu gerade nicht, ähm... Hier bietet sich jetzt oder am besten die Erde von den Aliens. Und, äh, sie brauchte halt auch Zeit. Einheit fertiggestellt. Ja, du gehst mir mal hier runter. Ja, du gehst mir mal hier runter. Und dann übernimmst du dann die Erde von ihm. Möchte ich. Ähm. Nächsten beiden ziehen auch. Verdammt. Ja, du gehst mir mal hier runter. Ja, du gehst mir mal hier runter. Ja, du gehst mir mal hier runter. Ja. Drei. Hier schon mal gerne. Oh Tief. Hm. Hm. So. Hm. Also ja, geht ein bisschen gut, aber nicht auf Antikopan verzichten. Aber es gibt auch, äh ne, es ist ein bisschen, wo man hier setzt. Ja, geht ein bisschen. Jetzt ist es ärgerlich, wenn man sozusagen, wenn er nur noch 0,001% sozusagen gebraucht wird, damit die eher dicht ist, wissen wir schon, dass er einfach, so habe ich. Ja, dann ärgert man sich, um zu klatschen. Und komplett wieder in diese Farbe. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Einheit fertiggestellt. 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 Und mal wieder, bitte zurück. wir brauchen eigentlich ja nicht so viel ja aber wie gesagt es ist einheit wurde fertiggestellt diese kasse ist sehr sehr zeitaufwendig wie sie befehlen Ja, recht zu, Major. Ich will sie meinen Armaten nicht entsprechen. Ich bin die Catlanta, Baby. Ich werde sie nicht enttäuschen, Hell. Jetzt hat der schon mal einen hübschenen Schutz. Fürs Erste zumindest. Ich werde sie nicht enttäuschen. Und unsere Einheiten werden immer mehr. Ja. Ja. Ja, wir haben noch. Dann können wir die noch machen. Spasschen. Einheit fertiggestellt. Anscheinend Sporn, die diese Angra. Der ist ja bloß. Der ist ja bloß. Der ist ja bloß. Ich muss halt von vorne wissen, was können diese Einheiten und können es dann nach und nach nachlesen. Ich schraub das hin am besten mal. Diese Ehe. Weil es dauert ein bisschen bis der sich hin wir haben. Aber das ist eine super Anti-Ehe und auch was Raketen angeht, kann der auch abwehren. Und da gibt es dann auch das Bordeaux dazu, dass die nur Boden angreifen kann. Das ist auch ein kleines Monster. Ja. Das kann ich mir bedanken machen. Ja. Ich muss noch zu einem Wetter nochmal ziehen. Ich warte nicht. Anders geht es nicht. Ja. 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 euch noch dahin, du solltest eigentlich auch mit. Funstig. Weil hier sieht man schon, warum man eigentlich auf R gehen soll, weil die haben eigentlich hauptsächlich nur, Anführungsstrichen nur. Boden-Einheit-Tatwehr. Und das, und das. Was? Was werdet ihr beschissen eigentlich? Was? Hier ist doch nix. Ah, doch. Ja. Schmerzen. Oh. 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 Okay, eine Art, hätte er richtig. Das ist ja mehr von dem. Oh, oh. 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 Where are you going? Jetzt kommt gleich ein böser Angriff. Ah klar, die gibt es ja nur bei uns, was er da um den Spawn, gibt es hier ja sozusagen den Spawner, dass die keine, ähm, 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 ja die kann ich gerne da drinnen einlassen, warum? Ja, die kann ich gerne da drinnen einlassen, warum? Ja, die kann ich gerne da drinnen einlassen, warum? Ja, die kann ich gerne da drinnen einlassen, warum? Ja, die kann ich gerne da drinnen einlassen, warum? Ja, die kann ich gerne drinnen einlassen, warum? Nein, das ist die einzige, die man noch hat. Oh, mein Panzer, mein Panzer. Ja. Das ist kaputt. Das wäre super. Das ist kaputt. Ja. Das ist kaputt. 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 is kaputt. Ich bin eben ohne戲 und shorts. Das ist kaputt. Ich weiß, dass sie loyal sind. Ich habe die vollkommene Kontrolle über ihre Handlungen. Sie können mir den Gehorsam gar nicht verweilen. Ihr Gehorsamster, Diner. Ach, lassen wir das. Sie haben mir gezeigt, was Sie können, wenn Sie meine Kinderchen befehligen, bin ich nicht mehr aufzuhalten. Die Zukunft wird mir gehören.